und er hat 0 0 9 2 die um ps genau so schnell wie es gab oder genau so lang besser habe ich ja da habe ich ja gut geschätzt gerade menschen genauso langsam der keiner ist eine aber ich glaube er hat eigentlich abgedreht macht das sinn hier oben drauf zu landen überhaupt nicht es geht aber ich bin ja direkt am boden keiner gelandet ich bin mal die neuner die die 9 mm m16 und pump dann ist wirklich keiner gelandet ich glaube nicht vor uns war nichts ich probiere mal zum atc zu kommen der tower auf dem airfield ja lass ich die legend liegen ja hab doch schon ich hab sie jetzt du musst es ja im acd abholen ich bin schon auf dem weg nach drüben ja dann machen wir alle lang lassen wir alle zusammen laufen ja ja ich gucke erstmal nur und ich bin jetzt im 16 legte die ak hier hinten irgendwas ist mir egal urhäuser geht einiges mir egal mir egal kein ticket ist mir egal ich bin schon da kommt ihr rüber ja ok wir werden 2 hin wir werden 2 hin außen wir werden 2 hin außen ja hier ist noch nicht gelootet die sind noch in bei den urhäusern am feierten hast du den zweierhelm von basti ja außerhalb hab ihn hab ihn no vest ach siehste ich muss mal diesen burst modus ausprobieren da reibt der braten aber da reibt der braten der braten reibt das war so aufm dach aufm dach linkes uhrhaus hier oben bei uns jaja schnägt mal hoch ne da haben die schon gesehen da ist keiner ich komme oder koppelt alter da schießt von hinten bisschen finischen ne leider ich geh safe ich habe ihn gelaufen auf euch geschossen hat ja 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 am besten hier mach hier mach hier da hast du türkisch wenn die kohlen wenn du kommst lass kurz ich kann so ein bisschen über euch einer pusht vorm haus oben oder unten oder was unten down den meiner ist gestorben das war die waren zusammen was ist mit dem boy oben die waren zusammen ich weiß nicht was ein boy oben ist ich kann über euch einsehen da ist ne akka für wen schuss aus osten oder ja schuss aus osten bridge bridge oder sowas ja oder mn oder oder ah na der hat ja gar nichts womit hat denn der euch gekillt der hat die weggelegt der kleine pisser der hat weggelegt womit er auf euch geschossen hat du kleines luder ey kannst du direkt mal mich äh ich kannste vergessen mich so zu verarschen hier scheiße ist ein dreck gut dass der aus der halle rauskam wo magen gelootet hat ja ne ne ich glaube ich ja der kam genau hier raus ich glaube der hat einfach da gekämpft die ganze zeit keine ahnung was er gemacht hat ich bin verschiedene jetzt nochmal zu looten oder was ja schon ks gefunden ks nice das dreier helm ne aka gerne sks bitte willst du sks gerne ja ja ich hab ein extended mag für dich mach das scope spiel ich dir gerne ich glaube es ist eine der wenigen male griff ist da wo ich military runter gehe mit dem squad und alle überleben noch sind wir nicht alle durch haben alle zwei helm ja von red dot oder holo ist da was im angebot red dot kann ich dir gleich troppen ach ich hab die einzige tür gefunden die zu war und dachte es ist ungelootet ja noch ein red dot hier hier ist eine scar wenn jemand will und ich habe schon munition hallöchen dann im 16 frei geworden auch hier habe ich was schönes gefunden ah wp hier oben oben um die wette sehr gut legit ich hab auch eine k gefunden ich hab auch schon eine ja guck mal um die wette haut da raus ich weiß gar nicht dass die dinger jetzt spawnen was da löst ähm aber hier ist eine tür offen was mich ein bisschen irritiert die eingangsdür ist offen also wir haben jetzt zwei k ne dann spielt nicht sks dann passt das ja wenn du nicht dann nehm ich die wenn du lieber ne k spielst was machen wir mit der dritten mit der dritten sniper ihr habt zwei k und ice guys ja du spielst keine und wir könnten ne dritte k mitnehmen ja dann dann hat jeder ne snipers ja ich nehm die mit ok dann ne aufm gerüst war er besser brauche ich dir nur mal nen scope alter ich hab keins nicht mal nen red dot ja die sind immer wieder selten wie auch immer majin weißt du liegt da irgendwo scope sowas jaja ich hab zwei red dots zum dropen i would take it boah vierer scope gefunden die haben hier gar nicht ja wir haben hier noch jemand ne k oder so noch eine ja ja ich hab noch eine über noch ein vierer scope ja neat neat das ist alles jetzt killen zwei leute und die military kann ich mir gar nicht vorstellen die haben sich ja gegenseitig gefeiert vorher da in der kisten dann hat die keiner loot oder sind die aufgeordnen ja also hier ist komplett gar nicht geloot naja ich würde eines dieser vier sagen umbogenen vierer scopes nimm wo denn auf dem gerüst ähm richtung uhrhäuser das die treppen ah überraschungsei hier boop überraschung it's a pan it's a holy pan a second one nice so karabiner ohne scope nice ich hab nicht mal bandages what the fuck bei boost und das wars hat jemand äh hat jemand er wird einen vierer scope gegen einen grif tauschen hmm wurde ich auch schon die ganze Zeit auch gegen ich exenetmec äh hab ich schon scheH now das sind hier tradeoffers ey hier twists off laid mich am arsch ey der war weit boah fast rein in den los guck mal hier grüßt um warum wir dann jetzt war die wafer hallo boss sie haben gegenstände auf dem steam community markt verkauft und was sagen sie sagt hallo auf der straße auf der straße gemacht ich hab auch noch mal ein haufen drauf ich nehme mal die sks wieder ich hab die car weggelegt komm mal einer mit dann gibt die doch den mussten ich hab dann karabiner ob es auch hier liegen vier extended max was stimmt mit euch nicht ja noch sks steht findet in der externe merke es liegt hier habe ich bin habe ich okay komm so horstel wo ist denn der haufen hier war der haufen ist da noch was übrig vom haufen oder ne irgendjemand isst gerne haufen hier scheinbar da lagen vier extended max mehr war da nicht ich hab ich hab ich habe ich habe zwei rettots genommen und ein halt zweier scope irgendjemand hier isst gerne euch kacke auch wirklich hier ist noch eine weite das magazin ich hab mich fast in meinem alten kabel erwürgt wirken mit u ja mit u auch eigentlich noch jemand urp munition wirken aber nichts zu sehen neun millimetern oder so wirken wir eigentlich komplett viel ich hab übrigens kein healing ich hab nicht military ist ein schrott military ist ein schrott jo hier ist zu lass mal tankstellen nochmal halten vielleicht ist da noch healing er ist okay ja jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr healing weil wir verlieren noch ganz viel aber tankstelle ist normalerweise nicht einfach so doch doch kann man schon mal machen hier rumzuloten mal so ich hab kein healing ja dann rein jetzt da auf geht's ich hab auch genau so wenig healing ich hab ein kitzel trocken nutze ich nie das wird ne enge kiste ich kitzel alles raus aus der karre ach easy legend mach sogar nochmal 10 sekunden extra ich hab ne richtig gute idee wir gehen mittig ins flugzeug rein ii da ist doch gar nix ach die grobe alter die autos kannst du so dreist hinstellen bei den linken die kommen dann niemals rein aber das ist kein loot wir müssen sowieso extern looten bitte rammst du nicht tot ach so wenn du was rammst du nicht tot brauchst du bandages ich hab noch drei bandages Timo ja willst du mich mit uns fahren hat jemand ne idee keine ahnung kann ich machen mir ist das gleich was habt ihr an healing boys hier ich hab nichts mehr im squad wenn die aufs auto ballern ist halt gg ja fahr doch mit dem buggy können wir jetzt in einem auto fahren je mehr desto besser in andere richtung markier mal was boah keine ahnung wir brauchen die Leute lass mal probieren die zu nehmen lass mal rot probieren also da sind wahrscheinlich Leute aber wir können ja mal rumfahren ja wenn da keiner ist haben wir nix ja ok welchen? rot oder rot keine ahnung hier ist er auch zu wo ich jetzt gerade bin aber ok hier lass offen ja meine SKL ist dann noch Kimmel und Korn und so ich hab nur ein reddard für dich Kimmel und Korn ein großes dickes reddard in Fachsprache auch Kimmel und Korn ja habt ihr bock auf den berg hochzufahren? ne eigentlich nicht ne vor allem mit all den Sklubsen wir haben nicht dann da rum wird man sagen? ja das kann ja nur ein Desaster enden wie kann denn das sein dass wir aus der wilder Hölle rausgehen und nichts haben? anhalten warum? warum? ach ne ne quatsch quatsch ich was? nicht? majan fahr über die Brücke rechts 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 das Auto ist zurück ja fahr mal lieber da ran und wir haben eh gar nicht mehr oh Gott majan hatte ne Idee gerade anhalten ja ey aber keiner checkt es was hier los man ich konzentrier mich aufs fahren man du musst doch mal fahren du musst doch nur fahren und dein Beziehen checken hier ist ein noch hast du einen Tank? oder wir finden einen Tank dann können wir uns mit mehreren bewegen du hast einen neuen gefunden alles klar sehr gut was sehen meine alten Augen das ist ein Chaos unten ist es gar ich hab immer noch kein Eingeld hier ist nur ein Dreierrucksack Timo und zwei ich hab die gleiche M4 gesehen wie ich ja die ich jetzt in der Hand habe ach du hast die Scar ja alles klar die Scar hast du auch gesehen ja ja ich hab noch ein Eingeld ich bin noch mittlerweile im Wechsel von Scar hop 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 wohin vorne? na rot warte 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 komm junger Mann kommen sie kommen sie kommen sie ran können sie raus gucken hey du hast über den Chaos wo wir sind ja rot sagt er wird nicht genau rauf fahren auf die Häuser ja doch du kannst an das Haus links ran fahren wärst du immer mit der Handbremse drin eigentlich? ja damit mir das Benzin nicht ausgeht ja damit mir das Benzin nicht ausgeht ja jetzt wird es mich verarschen ne oh fucking shot ich hab Auto stehen lassen jetzt das stehen was die wenn da jetzt einer wär wären wir so tot aufsteigen über uns am Baum rechts oder linker Osten 75 ich kann nix machen ich bin gleich gefickt ja ja ich steck dich wenn er da kann fliegt wenn er da kann fliegt der hat der Gegner die ist noch jemand anderem der am Haus an dem Haus wo ich hin wollte da schießen die wahrscheinlich warte kurz auf mich dann kommt nix das ist ein Puschen der hat den umlaufen Legend hat Flank ja an dem Haus wo ich hin wollte da sind welche drin können die ihre Puschen ja wir Puschen doch schon oh da gibt's einiges noch einer rum noch einer rum ich hab bloß alles los ja der hat mich ausgehackt ausgehackt ja einer noch einer noch ein noch ein noch ein ich bin neben euch ich bin neben euch oh mein Gott sag doch was ich hab's nicht ich hab die ganze Zeit hier Tunnelblick auf den weil der ist so viel Gräser ich glaube in den Häusern ist noch ich bin ich sicher da sind noch welche ne über ja in den Häusern natürlich ist Flank EU war das ja die war super die Flank nicht doch ja komm mal mit hier aufgescheucht wie die Hühnchen die wussten gar nicht mehr woher es kommt ja wollte grad sagen wir können ja jetzt alle ja ich loote die einfach mal kurz hier durch ne hier ist einer und hier nichts ne was ich hab bin voll gekrüft jetzt mit healing hier komm her komm her ja hier hier sind noch 8er hier ist noch Dings drin 1 1 leg ich unten rein ne und noch 1 leg ich unten rein zack nehmt euch raus und braucht jemand noch einen 4er braucht jemand einen 4er ja ja liegt ja alles hier drin bei ich leg ein jetzt hier jetzt ist mal 3 kids genommen du hast 3 kids ich hab nur 1 kids ja warte hier 1 nick wieder wie viel booster hast du ich hab 6 ich kann mich abgeben ich hab null booster ich leg hier welche ich leg nochmal da hinten über die kante auch nochmal 2 erschossen irgendwo da ist einer bei mir beide down hab beide alter warum höre ich die nicht noch ein 1er 8 noch ein 8er drin ich lass euch den anderen liegen da ein host ein legend host ja da bist du ein legend host ja ein legend host kommst du weg gleich ja ach so jetzt hab ich sks munition jungs wir müssen move'n zum crash site ich hab irgendein magazin hier der job von wirklich ich hab's im magazin weggelegt und es ist weg oh fuck you game ohne witz ja rechtlos muss eigentlich noch jemand kommen aus den häusern ja wir laufen so open ja ich hab keinen boost am start nach vorne zu oh ja wir sind ja schon wir sind ja schon eingeholt lass nach links move'n unter crash site runter boah ich bin down und ne so schlimm ist es noch nicht ich laufe einfach rein bist du nicht die der zorn aber erdruck gelootet ich hab nicht geschaut ich will den holen oh scheiße da ist was unten am baum 285 ausgenockt einer wir können sich mitbeiden ich kann euch noch booster geben und so n shit ne komm wieder zu euch hoch Timo ich leg mal hier booster hin ja aha zwei red bulls jetzt ja dann lass die mage hin oder so ich hab ne groser gepickt ich brauch akarmutition und ich kann 4 5.6 abgeben also wir müssen move'n kannst du was droppen er liegt schon liegt schon ich move schon mal ok was brauchst du noch booster ok nimm ruhig was hab ich gedacht oh fuck it alter witzend ach du kacke mhm sehr wärmlich richtig ekelig so ein compensator ARL den ich jetzt nicht loswerden kann hier boys hinter uns werden ja links irgendwo auf dem offenen Feld ich sehs ich sehs einen von denen genockt hast du ihn? ja seh den nicht wollt ihr move'n? wollt ihr move'n? ich bin down kannst du move'n? nein 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 ich bin down also ich move Timo lenken mich der ist ein ist direkt bei der leichten mhm bleib in deckung wo du kannst und du auf die zone kommst ich kann dir nicht noch mehr helfen wenn ich jetzt wenn ich bleibe sterbe ich auch ja ja move'n tut mir leid wenn ich bleibe sterbe ich auch mhm kannst du theoretisch noch mitrennen mage wenn du es vom feeling her ne ich kann auch nicht mitrennen ne ich meine wenn er noch first aid hat kann das schaffen jucke ich seh sie auch nicht alter ja du musst da nicht mehr weg kommen oh ich seh den boah da knallt es richtig aber ja einfach contact echt? oh gott ich seh die oh gott genau da wo du bist ich nehme nach links nach links nach westen straight oben auf die auf die Hügelkante rauf da siehst du sie eigentlich ich wurde von rechts beschossen ach von links werde ich auch beschossen jetzt und überall beschossen ich wurde von links beschossen wenn hier links passt Timo von rechts auch noch nicht doch leute Major lebt ja noch nice schenkt mir ein Motorrad boah das wäre geil ich bin noch am leben ah ich bin nicht am leben ich habe keine ahnung noch mal zu noch mal zu brauchen zurück dann läuft da immer noch zu zonen nie überall Terminator kommt mal zu mal zu mal zu mal zu das ist ja richtig ätzend das soll jetzt eigentlich Party am leben weiß ich auch nicht alter verstehe ich auch nicht ganz ehrlich oben links auf den Hügel ja weiß ich weiß ich da oben am Baum direkt 300 am Baum ganz oben weiter rechts oh fuck what ja du musst move'n party lauf hier ist nicht wo der andere ist ich glaube der andere war rechts oben irgendwo also da im besten irgendwo auf dem berg war der glaube ich ja ich glaube der rennt da das waren schlüsse ich glaube die kamen aus nordosten auf zeig mal paar headshots drei stück bitte ok 2 ohne sagen ich für dich ne was ich jetzt nicht so hochpusten ist schon da ein habe ich doch noch vier gegenwärts er hatte auf jeden fall noch ein nade also weiß doch nicht was da was ist ach scheiße nimm die rifle wo ist denn der geradezu der rechte bomb der hier? ja genau der dahinter der da muss das sein der kann nicht weg sein eigentlich oder doch oder doch oder doch zone kommt easy easy 10 kills gegen 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 6 6 6 7 10 5 6 6 7 7 11 14 14 15